Und da, soo. Wie ist der Fortbestand der Bäume schon mal ein bisschen gesichert wieder. Genau. So. Was wollen noch? Keine mehr. Gut. Aber ich bin 13 mal. Hält sich noch ein paar hin. So. Geh auf Nummer 4, was hier wirklich... ...dass der Baumbestand weiter stehen bleibt. So. Jetzt kann es erstmal weiter gehen. Oh, es gab einen Lark. Jo. So. Hier die Hälfte von... So. Wie gesagt, ich habe vor... Das war in Höhe. Hier auch. So. Und jetzt sind wir so. So. Hä? Hm. Hat mich ganz einfach nicht zu interessieren. Oh, Darbien. Ein bisschen zu hoch gemacht. So. So. Mäu. So. So. Autsch. So. Jetzt nehmen wir die ersten Scheiben rein. Ach mann. So. Warte mal, man kann aber schon erkennen, was das werden will. Wisst ihr was? Wir gehen mal kurz in den Twilight Forest. Du bleibst da drinne. Was noch? WMIA. WMIA. Was? Ja. Was? 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 Das lag deswegen im Gate. Das hatte noch keine Texturen. So, hier sind wir jetzt wieder im Twilight Forest. Aber nur für eine kurze Zeit. Ein bisschen Holz mitnehmen. Den Diamanteneisen. Was haben wir hier drinnen? Da ist nichts. Da ist noch einiges drinnen. Das lassen wir aber alles hier. Das hat uns nichts zu interessieren. Und dann gehe ich wieder zurück. Na gut, dann bleibt es halt hier drinnen. Dann gehen wir halt jetzt noch mal ein bisschen Sand fahren. Ein bisschen was. Aber nicht hier. Und nicht in der heutigen Folge. Nein, das mache ich nicht. Mal sehen. Das mache ich in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. .